Ich bin hier mit Beat'em Up Master und wir machen eine kleine Fight Night. Das ist sozusagen der zweite Tag, wo das Spiel draußen ist. Wir werden uns jetzt die Köpfe einhauen mit jeweils unseren Charakteren. Er hat erst mal gesagt, er will erst mal gegen meine Manon kämpfen. Und der Beat'em Up Master, ja, der kann aussuchen, was er will. Wollen wir mal gucken. Da! Ja, der ist übrigens auch da. Hallo. Hallo, Loren. Ja, hallo. So, String geht ab, Adam. So, wo bist du denn? Ah, da bist du. Ah, warte. Kann man den Charakter erst mal wechseln, ne? Jupp. Ah, wie geht das denn? Ah, ja, Alter. So, kleine Überraschung für dich. Marissa. Genau. Okay. Passt da kurz dazu. Ähm, wartest du einen Moment? Hast nur sechs Sekunden. Ach so. Hä? Oh, wohl ab geworden. Wurst du ja nicht, dass es mir Zeit geht? Und ich höre meine eigene Stimme übrigens. Da hast du so betonen. Von mir. Ja. Also, ich kann nicht... Also, ich höre dich nochmal. Hm. Ich höre dich zweimal. Hm. So. Kurz teilen. Dauert es ja nicht lange. Kurz eine Minute. Ach. So, noch für meinen Kanal. Mhm. Beziehungsweise, ähm, das kurz. So, dann entschuldige ich schon mal wegen der kleinen Verspätung. Ach. Zehn. Ja, die eine Minute da. Die eine Minute muss auch ein, Leute. Mhm. Weil man ist ungewohnt, dass es hier alles ohne Ladezwein gibt, ne? Dann hat man dafür weniger Zeit. Oh, jetzt gibt's Ladezwein, kann ich schnell das noch einstellen. Nee, nee. Kannst praktisch, ähm, sofort anfangen. So. Jetzt geht's. Ähm, cool auf. Ähm, zum Anschlussen. Mhm. Prost. Okay. Okay. Das ist gut, dass der Salon jetzt dabei ist, da haben wir Ruhe. Ja. Aber lädt ein bisschen lang. Du bist dann mit Freundin, ne? Kannst du mehr oder zwei Leute nehmen, oder? Ja, ich kann bis zu 18 Leuten hier reinballern, ja. Ach so, 18 Leute. Mhm. Mhm. Let's go! Mal schauen mal mal. Mal schauen mal. Na, ich bin, geht ein bisschen zu raus. Ja. Ja, die hat halt das Schläge, das ist das. Ja, neue Situation für mich. Was ist das? Ja, die sind ja, die sind ja richtig. Und, wenn dann mal was. Ich bin, komm mal dran, du kannst! Um's raus. Um's raus. Um's raus. Um's raus. früher machen müssen Oh, selbst an! Ja, sicher! Ja, sicher! Ah, man, hab ich schon! Ja, ich kann mal an! Hm, muss ein bisschen klarkommen noch mit der Okay Okay Das war's, wasser Ah, das war blöd Das hätte ich gewinnen können Da muss ich erst mal gucken, wie ich da rangehe Nee, das ist, das ist Schwachsinn Das war dumm Ah, ich muss ein bisschen mehr aufpassen Jo, aufnehme dich, ich rette dich Du bist echt stark, aber die Sache ist, ich bin das auch, haha Ja, ja, wir haben Spaß beide Hey, soll ich auch jetzt bei beiden durch, ist das? Aua Oh, das war's, das war's, das war's, das war's, das war's, das war's, das war's Oh, das war's Perfekt! Perfekt! Merci beaucoup Leute Aua Geht es mir, ja, wurde bei den? Oh, das war's Oh, da ist noch nichts Oh, da ist noch nichts Ja, jetzt ein Schlag nach unten Ah, unten bin ich mir unsicher Stimmt, ah ja, jetzt hast du dich wahrscheinlich gesehen. Tadaa. Erstmal. Ja. Erstmal. Erstmal kennenlernen den Shit. Huf. Ich könnte auch noch reinlernen. Aha. Na, manchmal habe ich auch manchmal nichts. Das ist ein bisschen mies. In den offenen Kampf gehen ist ein bisschen... ...schwachsinn. Wow. Hört der Eier weg. Hm, das hätte ich besser machen können. Ja. 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 Ja, da warst du schneller. er hat bestimmt etwas mit den schlägen und so die geht noch hoch das musst du wissen ja nee das war eine runde für die katz ja Okay, ich hätte, ich hätte anti an, ich hätte anti an sollen, scheiße. Komm schon. Von so weit, äh. Sehr schön. Komm schon. Scheiße. Das war's wieder. Ah ne, kannst du. Oh doch, das war's. Das war's. Sag dir doch, das war's. Sag dir, hm. Nicht ganz. Ach. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Der Name hat sich Pass Okay Das wird ja was hier Ja Ja Das war stumpf, blöd war das Das war alles stumpf und blöd Ja, ich muss da erstmal optimal rankommen Hm Ich würde ein Schlager machen sein Das war dumm Boom Weg Sie fliegt weg Boom Uff 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 Da Irgendwie wird das schon was Aber ich muss da besser ran Viel besser Weg mit dir Das war dumm Das war richtig dumm Anstatt erstmal ran Ja 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 Das war das Ja 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 Und Ja 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 Ah, ich dachte, ich krieg dich noch. Och. Ich dachte, ich krieg dich noch mal. Ah, schade. Oh, ja, Maddor, wir kommen. Swim. Da war es, ne? Hm, ja, schnelle Entscheidung. Ja, Uli, grüß ich bin ja, Massa. Moin, moin. Willkommen. Entscheidung muss man treffen. Ich erde dich. Entscheidung muss man treffen. Ja, 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 ja. Ah, zerschön. Aua, aua. Komm schon. Nee, das war nicht gut. Was mache ich da? Aua, 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 aua. Tschüss. Tschüssi an die Gale. Danke, danke. Danke, danke. Nee, muss ich unten machen. Oh, ich bin dumm, ne? Ich bin die ganze Zeit blöd. Ganze Zeit. Ah, ah. Komm schon. Sollst du schauen? Soll ich kommen in streamen? Ich meine, ja. Kann mal tanzen, bitte. Schade. Nee. Ich bin weg. Oh no. Und? Hier! Es ist schwierig, aber wir können. Wir können kämpfen. Das heißt, wenn du mich werfen kannst, dann ist es echt das. Eigentlich, eigentlich, wenn du hier diesen Drive Impact machst, muss ich eigentlich nur werfen. Na gut, das kannst du ja reden. Kannst du ja machen. Da. Da, da müsste ich eigentlich werfen schon. Na? Haha. Oh, scheiße. Ich wollte ein bisschen in das was reinbauen, aber scheiße. Scheiße. Oh, was? Oh, was? Ja, die lehnt sich ganz weit nach vorne, die Sch... Die, die Kleine hier. Die Kleine hier. Die Kleine. Große Faust. So große Faust gibt's, glaube ich, nie in Kampfspielen. Äh, hier? Mann, Mann. Äh, hier. Die NAP Duel. Die NAP Duel. Die NAP Duel ist groß. Äh, hier, Launcher. Ist groß. Ja! Wieder auf die Matte gelegt. Manon wins, baby. Äh, Frankreich. Frankreich. Paris. Oh, okay, okay, okay. Ihr habt's verstanden. Ich hab's verstanden. Das war's. We raid's first. zombiesadefush. Sieg und sprichetfush. їхabendfush. Jawohl. Das verdammt, die lädt doch auf. Das verdammt, die lädt. Hast du Glück gehabt doch. Hast du Glück gehabt doch. Ja. Das muss man wissen. Das wusste ich nicht. Hey. Okay, das hätte ich parringen können. Oh, die schlagen nicht raus, hier kommt's. Na, relativ gut aufgeholt, aber was willst du noch machen? Ja. 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 Ja, ich weiß nicht, was ich da... Ich weiß nicht, was ich da machen wollte. Ja. Ja, das ist immer ein schlechter Anfang. Ja? Ja. Ja, na. Und darauf wtwertest du. Ach man Ach was ich gern Oh der Schlag angrengt Erstmal Power Mh Ey Ok Kurze Pause Let's go baby C18 Oder wie ich sage Mehr Blue Mary verschnitt Aber ja Ist doch geil Ja es ist so Ich glaube ich wäre es noch als ein C18 Jetzt Oder Aya Von Parasy Ja es ist Aja 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 Wirf mich weg! Level 4 schon, Shit. Ja, das ist eine gute Runde, John. Hab ich kurz noch heute hin. Was? Oh! Kick! Kein Problem, sagt sie. Natürlich. So wie geht der da? Ja, oh! Haha! Oh! Oh! Hm, dass du mich da abfangen kannst, ne? Hm, Benni nicht so ganz damit. Die in einen Punkt muss man denken, dass sie da werfen kann. Also... Angriff. Ich weiß nicht, mit was sich das gut verbinden soll. Ach, Mann. Ich weiß nicht, was ich gerne. Ja, das kommt. Das war nicht so gut. Ach, Mann. Er war... Moment, verpasst. Ich habe ein hohe Kick. Oh, Shit. Ich habe ihn kein Problem. Ich habe ihn mitgebracht. Ich bin mitgebracht. Ja, das ist nicht ganz einfach. Ich bekomme ihn nicht. Ich habe ihn mitgebracht. Was ist dein Problem? Ach, Scheiße. Jetzt hast du es anderen. Ja. Was ist das denn? gleich ich glaube schneller gewesen ich will auch so gern vieles probieren sehr schön wow wegwerfen die shit scheiße mit juli kann ich besser aber jetzt eine frage der kontrolle als seine gestern etwas besser mit scampi easy ist nix ich sie ja nix das geht natürlich nicht das geht natürlich nicht wie ex kann ich nicht sofort canceln da rein das ist nicht möglich da muss ich die komo machen das ist egal Hm? Ja, wie ne Bunch. Hä? Das aber... ... ... ... ... ... ... Gehtneß! Gehtneß! Klemmakelzone! Oh! Oh! Klapp zum Verloren! So klapp! Shit! Nee, das ist die falsche Entscheidung! Ah, das geht doch nicht, Mann! Ah! Der ist gut! Der geht's schaffen! Pfff! Pfff! Nix! Ah, ich bin weg! Ein bisschen kontrollierter! Mensch! Die werden uns weg noch! Ich finde die Dinge echt gut in den Führungswählen, ich sag's immer wieder! Und das,passen wir nicht! Ja, das ist neid yan gegangen! Kämpfen! Na, ich? Ja! Ich hab noch keine Kommaus geübt mit ihr, aber... Was?! nein ich wusste doch wo schießen da ist sie, das Bist let's go man das war gut ah ich bin weg, tatsächlich muss man Double 1 nicht opfern schön schön round 2 fight fight Das war's. Das war klar. Das war gut. Das war's. 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 Frame Vorteil. Nicht verstehen. Immer noch nicht. Ich bin weg. Ich bin weg. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder im Rennen. Ich bin weg. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR �bH WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sk Parlamentar—-p태gur Europered Telegri� ich hätte warten sollen der fuß da war noch der fuß ja hilft mir nix hilf mir nix dass es gut ist ich weiß nicht wie ich level 3 einsetzen soll ich hab vergessen ja let's go Nee, das ist nix Spricht nicht Bye-bye Good Morning Schreibt Splatalk Wanderer an Ich probiere jetzt das weg, sub-GMG nichts Immer daneben, mein Gott Audio issues Wahrscheinlich bei mir, kann so sein Kann sein, nein Ja Ja Ich bin 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 hmm hmm das ganz ah das hat mich nicht oh schau 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 ich kann auch werfen ich kann auch werfen mein freund ja schau 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 es ist ja oder nicht einer brechen nur keine energie wir haben nur keine energie dann aber dann sieht oh ja willkommen zur Vision Tegin was ist so schnell? mach mein Name es kam es kam ich wusste ich wusste nicht dass du soweit kommst das ist ja auch mal mache einfach mal so ich hab vergessen Guten Abend, alles hier in Deutschland, aber wir können auch in Englisch sagen, wenn ihr wollt, richtig? Na ja, nicht die ganze Zeit, mein Freund. Nee, ganz ehrlich. Wenn die ein Fragen haben, dann gibt's halt was. Das ist mal nicht zu brechen, was du früher macht, das ist wirklich. Ah, zu, langsam. Oh, der geht so weit. Scheiße. Ich Halle? Warum? Das macht aber keinen Sinn, ehrlich gesagt, wenn ich Halle. Das würde ich wegen deiner Audio, ne? Kann das sein. Aber von mir, die das nicht hat, ne? Scheiße. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Heia! 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 Das war's für heute. scheiße ich mache meine combos nicht gut aber das war doch klar viel zu einfach ja wahrscheinlich weil es die kälie ist nochmals er will ich bringe die das war viel zu einfach stark ich mache ich spiele nur scheiße ich kann das nicht machen muss die kämpft noch spielen scheiße mal scheiße ist das spiel scheiße mein sohn ich habe keine Schmerz Ich bin gesprungen Ich bin gesprungen in Rade machen müssen ich krieg's noch mal glück gehabt ich komme nicht an ich weiß nicht warum ich das nicht mache wovor habe ich angst mann 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 er ist dagegen oh der ist angekommen das war keine combo hat dich doch jetzt hoffen oder nicht habe ich nicht verstanden na ja egal ich finde ich nichts die kann mehr sachen das ist viel zu viel ich hätte kicken sollen ich hätte kicken sollen ach ich wäre viel sicherer was geblockt ich habe mich nicht verstanden ich habe mich nicht verstanden ich weiß nicht wie ich das combo soll ich habe kein plan hate command grabs not only you but i love it ach ja da war ja was ne ne leute hassen command grabs in kampffspielen äh gibt es hier viele in kampffspielen das war Friedan das war dumm ja aber so ein nachteil das kannst du doch eigentlich naja es geht nicht ja 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 scheiße die scheiße weg ja man 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 ja 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 naja und der eine griff halt ne ja zwei mal richtig geworfen das reicht ja schon Bogen, ah, AF, as fuck, as is in I don't see any Bogen What are you doing? Das geht's ah ich kann nicht kombon ich hätte auch aufladen können gute entscheidung das nehmen wir noch nicht jeder verloren mann ich weiß nicht wie ich level 2 unterbringen soll echt ich weiß nicht wie ich level 2 unterbringen soll das ist doch komo wie soll man das kommen ich bin doch zu langsam alles stet ach geht nicht dein schlag war aktiver bei meiner war schneller wieso hat er nicht getroffen wir haben wieso hat der zweite nicht getroffen das ist ein target kombo ich krieg es nicht gebacken hier mit der ja klar endlich und ich habe wieder verloren ach komm kick ist einmal hin scheiße ich habe ihn nicht gebacken ich habe ihn nicht gebacken sehr schön irgendwas muss ich machen Ruhig bleiben, ja. Schande! und wieder verloren ach komm das ist nix guck mal 8 zu 16 ja ich habe manchmal momente aber ich habe jetzt viele verkehr zwei mit nichts verstanden warum du hast du schon geschlagen aber du hast doch zweimal ja ja das geht auch die sonst ist es aber das ist nicht mein schutz hat er mal losgelassen hat er mal losgelassen das war gut alles das war nicht das war nicht das war nicht k k Ah, du blöde Spiele! Du blöde Spiele! Da waren wir so gedrückt. Nee, 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 du hast einen Fehler gemacht. Du hast einen Fehler gemacht. Blödes Spiel. Ja, weil ich gedrückt habe und dann sage Spiel sag Nein. Blödes Spiel, Spiele! Ich kann hinterher springen. Hab ich ja vergessen. Ach, ich sollte ein bisschen mehr täten. Mann, Mann, Mann! Ich bin sicher, Mann! Mann, Mann, Mann! Und? Nein, das ist schneller. Oh ja, das ist noch 20. Getötet. Du warst ein zweier Killen? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, sehr gut. Bisschen mehr Chemie spielen hier. Was ist das? Komm schon, baby. Gass hat gut. Gass hat gut. Was? Nee! Pfff! Alter! Komm, was ist vor mir? No problem! Got to press on! Round 2! Okay. Hm. Okay, gut. Okay, gut. Ja, einmal. Der zweite, der dritte. Man, man, man. Pfff! Aber ich weiß gar nicht, was ich bei so Sachen machen soll immer. Pff! 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 Pft! Echt jetzt! Pft! 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 Verstehen Sie Spaß? Ja, verstehen wir. Hammer, schade. Was? Wie war das klar? Was willst du die ganze Zeit greifen? Ist nicht bei dem. Doch, was? Ja, der Leichte. Ja, der Leichte. Der Leichte. kommt sie von oben Mann, Mann, Mann Ja, könnte ich Ich weiß ja nicht, was ich machen soll Ja Ich hätte noch weitermachen können, ich vergesse es immer wieder Komm schon Ne, der hat sie Jetzt mal zu weit, bin zu weit gelaufen Weg Weg Einmal weg Ich bin minus das war doch gut das war doch gut ach das war das verdammt alter diese dynamik in diesem spiel ist schon geil ich bin gesprungen das war doch Ups So dumm 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 Ich zeige dir die Wight in der Klasse Okay, Kämpfer wechseln Ja gut Alles klar, 13, 17, gar nicht mal schlecht Dafür, dass ich Cammy nicht so viel spiele Naja So, wann wollen wir? Jetzt wird's knallen Jetzt wird's ballern Chun-Li Let's go baby Da ziehen wir mal ein Punkt hin Da ziehen wir mal ein Punkt hin Jo, alle drei Leute Fehler Das reicht aus Scheiße Hm 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 Ablisch! Kann ich abbrechen damit! Scheiße! Voller Boden! Ah! Ich bin 4 Sterne, Silver A in der Ranking. Das sieht man jetzt auch. Das ist echt gut, diese. Silver Master, thank you very much. Dagegen kann ich das nichts machen. Oh, Scheiße! Oh, das ist nicht wahr, ne? Das geht so einfach. Oh, das ist so shit! Wünschst du ihn zu? Ähm... Entschuldige mich wieder weg die... ähm... So, die Schüsse... Oh, seit, weil Decay zweimal aufnimmt, halt? Zeige... Ah, shit! Ah, shit! Ah, Mist! Ah, hab ich verpasst. Die Bundes... Ein bisschen Schaden machen. Muss ich leider machen. Das nervt. Fehler! Muss ich leider machen. Ah! Komm schon! Mach an. Fuck! Back! Oh oh! So lange bin ich im Minus? Oh man, hast gerade ein Silbermassa besiegt hier? Jojo Na was? Aber ist halt nicht schlecht, Sticky Okay Oh 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 Hm, ich hätte warten sollen Ich hätte perfekt Parry machen können Oh 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 Ah, das hat es von Bison schreibt es bei Tomassen Ach, come on Sag doch, Chun-Li Oh Oh Scheiße Oh was, du bist so weit weg Ich hätte, ich hätte, ach, ich hätte Anti-Air machen sollen Ah, ich hätte dich Komm schon Ach, Mann Ah, das geht so, okay Fehler Weil ich keinen Buff habe Sonst hätte ich da durchgehen können einfach Bei so vielen Hits? Ja, das ist der Gegenteil Das ist der Gegenteil Pass, come on. Ah, come on! die wahl von indio glas welches das ist das denn von wegen mache aus jede menge fehler das heißt wir spielen ja du bist auch du fliegst auch drüber das war gut nach scheiße ich halt blocken sollen das war ja das wäre egal gewesen aber ich hätte das finde ich irgendwie das ist das ist krank ich diesmal hätte ich warten sollen ich hätte warten sollen was du machst da hätte ich gewonnen alle dinge sind rein und verloren durch bla ich habe einfach kacke geblatt ich habe nicht gedacht dass das dreimal machst sie wo frames oder was das ist doch einmal koma einer wie die schule der mienlinge auf bei sie verletzt ihr ersatz von gogi wenn du mich fragt schade setzt der cd zu essen zu kämpfen das kann ja auch die kurze die meine basse geben ach komm gottes willen für alles ja ich bin weg ist das scheiße ist das scheiße einfach kacke wie ich spiele ah gott das geht mir auf den sack wegen einem fucking comment hier ich bin dumm ich hätte sprechen können ich hätte sprechen können ich habe es doch geübt ich muss das nur anwenden ja leck mich du machst das immer du machst es immer ich muss ein bisschen das ist doch bloß und ich kann wieder nicht durch ach leck mich ich bin schlecht ich bin so schlecht noch was ja auf rechts rechts Jury, Jury is crying. Sag mal. Hast du was noch nicht, oder? Doch. Nein, ganz. Oh, das könntest du jetzt noch für mich? Jo. Nee. Ach, was? Okay. Randa. Pfff. Oh, nein, schon wieder. Ach, scheiß Dreck. Weggreifen die Kacke, alter. Ah, dieser Command Grab. Jury, Stinky Feet. Aber wie küsst er, ne? What, bitte? Und ich bin da nicht sicher. Nee. Jo, hab ich. Wieder dieser dumme Griff. Oh. Ich fasse es nicht. Was soll ich dagegen machen, ey? Gegen diesen Scheiß. Guck mal, wie weit der reicht. Das ist doch Bullshit. Ja, wie Teuerkeit, ne? Weg bitte. Wieder. Scheiß Griff. Ach, leck mich doch, ey. Ah, nichts ist dann ja gefährlich, ne? Aber dieser Scheiß Griff, ne? Ah, leck mich. Ich kann nicht ganz ganz... Ach, komm was machen. nee, nein, nein, nein... nicht gar nicht gar lecker. Hier we go! Keine Chance. Keine Chance! so ne kacke echt ich weiß echt nicht was ich machen soll kann es nicht blocken kann es gar nichts guck dir das an das ist doch lächerlich das ist so lächerlich ich muss doch irgendwas haben dagegen irgendwas na guck mal was soll ich da machen scheiße das lässt mich schlecht aussehen echt kall dira massen schizzi oh Oh. Oh. Ah. Komm schon, ey. Komm schon, ey. Ich geh mit solche Borden. Scheiße, jetzt mal grün. Hm. Toll. Oh. Wieder Reichweite verpennt. Oh, das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Ja, 3 zu 9. Ey, geil. Nein. Kann gleich einpacken. Guck mal, ich kann nichts machen. Ach, das ist lächerlich. So schlecht. Ausgang noch nicht gesehen. Oh, es ist so schlecht. Kann einpacken, schreibt M. Wanderer. Oh, es ist so schlecht. Oh, es ist so schlecht. Ah. Ja, ich glaub, die wird genauer als in der nächsten Season. Nee, dagegen kann man was machen. Das Problem ist, ich bin blöd. Ich bin langsam. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das ist doch nicht wahr. Ich hab doch geparried. Guck mal. Oh, leck mich. Echt. Ich bin nur so schlecht. Das ist das Problem. Ah. Nee, Alter. Das ist schlecht. Sehr schön. Klar. Also ich hab's nicht zu werfen. Was? Ja, ich hab's nicht. Die Kay ist angry. Ah, ja, weil ich von diesem Griff kaputt gemacht werde. Ja, weil ich von diesem Griff kaputt gemacht werde. Von nix anderem. dagegen kann ich was machen das ist ja nicht das problem das meine ich guck mal ich kann nicht mal reagieren meine güte brauche ich übung my godness schaut dass es jetzt hat sich dann nicht so gut natürlich hast du nicht verloren durch die scheiße wieder arm an ein wurf und alles ist so kacke man das kann doch nicht angehen das ist ein wurf ich dachte ich schaff es einmal das spiele schlecht auch das meine ich du machst es schon wieder ich muss auf das blocken das geht doch recht nicht es ist so schlecht langsam weiter ja 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 ich glaube ich nicht so oft viel machen aber ja was kommen um das ist Schwachsinn dein Griff ist Schwachsinn nein das ist Schwachsinn dein Griff ist Schwachsinn dein Griff ist Schwachsinn mein Gott ah ich Idiot das war der hohe Scheiße scheiße ich hätte es geschafft na muss ich spielen mein junger Paterwan ne der hat sonst nicht dein ernst nein wirklich ich 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 Zwei 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 Ich hab's nicht mehr gesehen. Ich hab's nicht mehr gesehen. weg mit dir ja ja das neue weißt du bist bei sowas na nicht geschafft das ist ja mies vorteil genutzt ja 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 da wollte ich zu sehr in den kampf jedes mal jedes mal ich muss ein bisschen warten diesen tic schneller beziehungsweise mit ihrer reichweite guck mal aber ausgelassen des ersatzes leckt mich echt anstatt zu parry ne er will immer aufstehen er will immer aufstehen dass sie vorbei trifft auch ich habe alles anstatt zu brüchbien ja ja Das, den Ablauf habe ich nicht verstanden. Hm, ja, okay, ja, frisst mich. Schon wieder der Scheißgliff. Viel zu viel, viel zu viel, der Scheiß. Fehler. Was soll ich denn machen? Ja, wollte ich ja, aber warum kriege ich keinen Cross-Up hin? Das verstehe ich nicht. Bastet. Echt? Echt? Ah. Das verstehe ich nicht. Okay. Okay. War's hier abgewärts? Nee. Nee. Doch. Das ist das Schwachste jetzt gewesen, Leute. Nee. Das habe ich auch gehabt. Nee. Natürlich habe ich. Das war unnötig. Obwohl, der Schaden. Ist das auch Command Crap, oder ist das normaler Gryffner? Normal Gryff. Warum? Warum? Warum kriege ich es nicht hin? Oh, das war dumm. Oh, das war dumm. Was? Schon. Schon blieben. Jetzt wäre ich zu wenig ab. Ich muss viel zu viel Glocken. Nee, was. Nee, 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 nee. Oh. Oh. Verstecker. Wieder verloren. Okay, da wusste ich aber auch nicht, was ich machen soll. Pasko, man. Mio match please, ähm, wollen wir gar nicht machen oder? Nee. Ähm, no. Tiki Zähl, no. Pick up. Das ist ein F-Mits. Nee. oh man was Ich kann ihn nicht spielen Ja, das ist das Problem Den interessiert mich am wenigsten Echt? Ah, der hat es gemacht Das meine ich, dieses Was? Doch, an Sie haben Nee Doch, ich konnte doch weindiven Das ist doch Schwachsinn Das ist was dumm Mitten Nach dem Kampf machen wir mal kurz Pause Da muss ich noch viel üben Oh, das hätte ich wissen müssen Das hätte ich wissen müssen Oh, das hätte ich schon können Ich bin zu langsam Ich bin zu langsam Aber nicht die Hex Trotzdem Ich habe zuerst aufgebaut Äh Pause, ne? Ja 15 zu 19 Jo So, dann sagen wir Okay Leute Okay Leute Okay Leute Ich muss mich erstmal Aklimatisieren Mann, 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 Mann Mann, Mann, Mann Meine Welt Seid ihr gleich Seid ihr gleich, oder? Ja 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 Ach, ich bin zu sehr auf Judy fixiert Ne, das trifft nicht Nee, das trifft nicht Ja 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 Ich bin zuerst Ähm Ich würde noch machen sollen Ich dachte, es reicht schon Ich fange meine Ich fange etwas Keine Ich Dare Wof! Wof! Du kannst du schon weg. Magnifinz. Geh mal, wenn du sie weg... Eurg, wenn du sie wegst. Eurg, ich will sie wegstehen. Fass mich mal wegstehen. Das ist unser Bestand. Magnifinz. Deine Bewegungen sind raffiniert, aber nicht so halb so raffiniert wie meine. Bestimmt. War gut, eh? Scheiß, ehm. Wanderer. 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 Dame ja? Ist ja geil gebaut. Egal. Style. Das gibt es auch eine Rolle. Ja hier sind wir auf dem gleichen Level. sehr schön ich habe noch gewonnen da muss ich ein bisschen mehr ja ja 2 gut ja 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 scheiße er geht noch mehr durch da sind Ah, jetzt mache ich dumme Scheiße. Na ja, komm mal. Ach, du hast jetzt Zundo. Ah, ich hab den Rhythmus nicht so drauf. Da muss ich auch erst mal wissen. Das ist zum Beispiel nicht bad. Das ist auch nicht bad. Ich weiß nicht, dass ich ihn mache. Hm. wieder verloren die Oh, warst du reingucken? Jop. Das geht. Scheiße. Geh doch. Du musst dich nicht. Ach ja, die Hand, ich vergesse es immer. Ich will doch Wanderer an. Geh weg! Nee! Nee! Oh, oh, oh! Also das greift sofort! Okay. 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 Oh, das ist. Oh, das ist... du bist mir nah gekommen da habe ich reagiert okay das wird was sehr schön ja 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 Hmmmm Let's backdance, Fumissi is our sweeten cousin Sehr schön, wir sind ein bisschen Freuermachung, Sven. Oh, ich bin zu stark im Jens. Na gut, sehr hart. Hey, ja. Ich bin weg, oder? Weg? Ich werf dich doch nicht. Ich werf dich nicht. Ich schlag dich. Ja, aber es hast recht, ich hätte nicht werfen sollen. Du hast recht. Oh, das war gewagt. Ich bin weg. Pfff. Außen nichts. Er hat noch durchgehalten, Baby. Come on. Das war blöd. Das war schon mal. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. in die dringenden wo es jetzt ach so ach man einmal werfen weg war ja ach komm hätte besser gewinnen können oh man 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 Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Wie er einfach sagt... Er versagt, ich bin weg! Ja, wieder fehlen! Ja, ich bin weg! Der Leichter war's, der Leichter war's Komm schon Ach Scheiße Der Leichter war's Sehr schön Okay Ich muss die Ketten kennen Okay, jetzt geht's Ja, okay Ja, okay Das war normaler Baff Verarscht Okay Ich muss die Ketten Ich muss die Ketten Ich muss die Ketten Ich muss die Homo Es wird Aufmerksam Ich muss die Kette Ich muss die Zieht Ja Ich muss die Kette Aufmerksam Sie Scheiße, werde ich warten sollen. So lange machen wir schon. Ba-bam. Und Roshi, gut zu sehen. Nicht für die Mädchen. Komm an, grab it. Er ist gut, ja. Das ist gut gewesen. Tanzen bitte. Bye-bye. Bye-bye. Geh heim. Gut. 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 Ah, Mann. Gut. gut Noch gewonnen! Ah! Check it down! Okay. schade ich habe was versucht ich habe was versucht es ich habe einen Blumenkund Ah, der ganze Kampf war nix. Ja, rausgekommen, ne? Du hast es gefühlt, ja? Ja, du hast es gefühlt. Da blöde. Da blöde. Da spiel ich jetzt blöd. Wegen den Comeback oder was? Ja, ja. Weil ich es so verkackt hab. Das war gut. Alles falsch. Alles falsch. Ja. 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 Das war's für heute. Aufnahme sinken Sicher Scheißdreck Die Kicke Da Mh alles falsch ah man klar ach man jetzt spiel ich richtig da jetzt lasse ich euch nach kann nicht sein bitte ja klar auch ja der braucht einen hat er bonus was sagt komm level 1 das reicht Du hast Pau, du hast Buss-Pau. Ah, das war necks. es ist ein bisschen zu schnell jetzt gerade für mich auch kaum leute ja 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 endlich wobei mir der shit einmal klatschen bitte o menno o menno da bist du für uns anhalten du 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 Lass ich zu viel trinken, ich muss da eigentlich gleich machen. Ah, ich tue grad scheiße, ich tue grad scheiße machen, ach man Leute, komm schon, ja 6-10, ah, das war's wieder, toll. Du grabe scheiße machen? Ja. Damio? Ach, das ist doch scheiße, wieder, er hat schon wieder Level 4, hm, ach komm. Toll, hab wieder verloren, geil. Und verloren, sag ich doch, ach komm, ich schaff's keine 10 Kämpfe hier zu gewinnen. So schlecht finde ich. Ah, ja klar. Ach, scheiße. Natürlich bricht das nicht, natürlich bricht das nicht und ich verliere, ach komm. Ah, es ist echt zum Kotzen. Ich lass nach. Ich lass einfach nach. Oh. Oh. Du bist weg. Natürlich r prohibst du weg. ja du irgendwie verkack ich gerade ja 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 Oh, Scheißdreck! Comeback! Pfff, ist das ein Comeback? Ist das Come? Ich hab gewonnen, 7-11, ja. Pass! 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 Das ist schon. Ach man, bist du, was machst du, blöde Spiel? Hahaha! Der Gen! Das gibt's auch nichts. Dann nehmen. Ah, gleich nicht mehr! Ich hätte schauen können! Ah! Franzosen! Mein Gott! Ja, da. Ja, da. Sehr schön! Oh, komm! Sie müssen den Kanal zu verhindern, um zu sehen, um zu sehen, um zu sehen, um zu sehen! Du musst den Kanal zu sehen, um zu sehen, um zu sehen, um zu sehen, um zu sehen. Wie schrägst du was? Wie schrägst du schon? Das ist für mich. Es ist für mich. Hier gibt es für mich. Es ist für mich. Das ist für mich. hast du glück gehabt hast du glück gehabt dass du gerade über den kopf noch was hey 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 weg bin ich weg bin ich weil ich scheiße bauer wir haben hier ein drückboer Except Decay plays Yuri, then it's Drunkbot. Schlips! Verschen wieso greift das nicht wenn ich das macht normalerweise muss das greifen müssen schnell machen wenn ich mir immer noch nicht sicher man scheiße das Oh, das war's! Oh, das war's! Ah, das war's! Hm. Figaro, wieder schauen, jetzt! Hm. Ich bin weg! Tatsächlich! Ich kann's euch glauben, ich bin weg! Bye-bye! Bye-bye! Oh! Oh! Und! Hey-ja! Scheiße! Ich hab's sogar! Oh, das war's! Oh, das war nichts! Oh, du Blödspiele! Und! Wegwerfen! Den anderen Schwerstern! Da klatsche ich einmal! Ja! Also, schön! Ich schüttle den Kopf an, ne? Ich hab die letzten vier Runden, wo du gewonnen hast, äh, geschüttelt! Oh, das war's! Empty, okay! Tschüss! 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 Hm? Hat er sich wieder erholt? Hahaha! Sollte du nicht sein? Das kann auch sein! Ja, das greift doch nicht! Joa! Das nehmen wir einfach richtig bad an! Hm! Ja, der ist nur am Feiern! Gleich? Level 3? Okay! Sollt perfekt sein, aber schon mal! Ja! Jetzt, ich will das nur, ich muss das nur verwandeln! No! Ich bin weg! Na, 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 na! Und! Da, 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 bap! Hahaha! Hahaha! Hau, ganz! Entschuldigung! Nein, ich bin weg! Ich bin weg! Und dann lüllt sie dich ein! Ah, ist das shit! Ah! Oh! Ja, wenn sofort was übertrieben ist bei Juri, Dräumann. Ich meine in den Kommentaren. Warum? Sieht nicht! Sieht nicht nur noch die Reson. Wir sind sicher. Sieht nicht! Ja! 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 Debesse wieder! Manu! Manu! Ja! 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 Ja je! Dezyspys! Ja! Das war's für heute. Das war's für heute. Oh man. Nur am Reifens. Das war's für heute. 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 Oh, Niki kriegt's. Das war's für heute. Ja, klar. Das Combo. Das war's für heute. 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 Und dann gegen Rio noch. Oh man. Mal gucken, wie ich das hinbekomme. Das war's für heute. Ah, für Super Saiyan Bronze. Das so stark ist einiges. Alles gut. jetzt aber noch machen können ich weiß reicht was 1 0 ok aber das auch so vor haus so leute ich lösse auf hier wurde es hat geprägt und mir lieber allen hohl ist ein hallo ich habe schon gedacht dass da eine ist die wir kennen das war der dicke das reicht das ist mein neuer charakter das war nicht das war dumm das war nicht je ex ich hätte jetzt machen sollen ich hätte alles wenden können ja 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 das war nicht das war scheiße gott das war das war das war ich weiß nicht warum das nicht funktioniert hey wo ist das doch Oh, Session Oh, hatte Glück Fuhlspitzen Du hast auch keine Chance mit zu real Das ist die Quittung für unser erstes Mal Aber 3-0, so stand es auch Hier ist der Präsent, okay Ja, so war das genau Rund 2 Ah Hä? Hä? Ah, ich hab keinen Parry Keine Ki mehr Ich hab keinen Parry mehr Ich Idiot Ich hätte blocken sollen Ich hab keinen Parry Oh, Scheiße Oh, Scheiße Oh, Scheiße Scheiße jetzt durch die landung wahrscheinlich weil hier ich wieder was er sein wie er scheint er zum boogie lang zu erreichen habt ein langes gesehen und sein letztes war ein geil also damit ist irgendwie es will ich nicht der beste sein ich weiß jetzt auch nicht was los ist ich hatte die führung voll der scheiß comment das meine ich jetzt geht es wieder los hast du gleich sie erreicht oder sich auch hingearbeitet nach der platz der nation ach du bist so da muss ich klar bist nur angreifen naja aber das war wieder nicht ex das war wieder nicht ex mann nicht naja die punkte sind hier anders gewicht jetzt können die punkte sind vom vorgänger ist aber eigentlich so ach man ich bin so dumm immer ne ich renne in alles rein ich habe eigentlich geparrikt ja ich verstehe ich nicht ich verstehe es einfach nicht jetzt habe jetzt bin ich lahmarsch jetzt bin ich lahmarsch wozu wozu mache ich das natürlich gewinnt er noch es ist lächerlich es ist so lächerlich ich kann mich nicht aus einer ecke bewegen das ist so ja das ist neu im app system wie gesagt nee wie schlecht ich bin darum geht's was ach das ist so schlecht das matchmaking ist ziemlich gut ja eben was was ja wo's da wo's gibt's ja haufeuerstoff für mich weiß ich ja mein gott oh ja was gibt es das brü egal macht wie das schäuern diesmal weiter ich meine das franksystem diesmal zuerst was ich stehen aber ich bin der karl beschäftigt das war schlussfilme wenn ich es so viel sein und kämpfen kann ich nicht ach komm Natürlich macht der... Mann, wie dumm bin ich? Immer wieder derselbe Scheiß. Immer wieder derselbe Scheiß. Toll. Ich verliere durch denselben Scheiß. Ja, Leute, das wird wieder nix. Drei, sechs. Jo. So, noch zur Wasch. Natürlich! Natürlich! Ach, come on. Kick in die Bessel. Hin und her, hin und her, hin und her. Immer in Bewegung bleiben. Ja, da muss ich arbeiten. Ja, ich bin weg. Oh, ich bin weg. Okay! Ah, genau! Bringt mich am Arsch. Jetzt hat's. Hier um sie. Können zwar nichts richtig retten, aber... Come on. na ja klar ich bin dumm ja das meine ich ich bin so blöd nicht zweimal kicken mann ich bin gut hast du Glück ich wollte doch ich hatte keine ex-männer ich hatte keine ex mehr ich habe falsch gedacht ja schon ich komme Ich hab dich! Ne, ich hab dich! Hä? Ich tippe doch deinen Kopf! Ja, aber ich bin Master here, klar. Hä? Ja, das ist komplette Schotter. Okay, das ging aber in Beta. Ah, du hast mal getroffen. Ah, das geht nicht zum Beispiel. Oh, küsst du wie deine Bohnen, du, ja? Küsst die Füße. Aber ich hab nicht mehr viel NG. Wieso? Ich bin dumm, ne? Ich bin echt dumm. Ich bin echt so dumm. Manchmal. Hm. Nee. Was? Ein Burn-out? Was? Komm, das ist ein Blösschen. Oh, der da fehlt. Ich dachte, er macht wieder... Ah, ja. Oh, Mann, ey. Oh, werfen. Ja, klar. Es ist so... Es ist so scheiße manchmal, wie ich mich bewege, ey. Es ist so schlecht. Oh, scheiße. Das war kurz. Schaden. Schaden bücken. Alter, hör auf mit der Scheiße. Ja, wenn ich damit beachte, dass du den Scheiß jedes Mal machst. Oh, scheiße. Ah, scheiße. Ah. Anstatt mir irgendwie was zum Portrait zu machen, ey. Okay. Hm, das geht nicht, weil du warst in der Luft. Ja, super. Verloren. Geil. Geil. Ah. Warum ist er immer in der Luft? Warum muss ich immer einen Counter bekommen? Ey, das ist so... Nervig. Nervig, 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 nervig. Ja, und drunter gehst du? Ja. Ja. Na, 59. Wir können auch Jebs Punch Kette und Däufer machen. Ja, das kann sich ja nix los. Das ist doch bescheuert, alter. Oh, scheiße. Oh, es geht auch. Geil. Oh, es geht auch. Geil. Ja, scheiße. Ach, komm, ey. Nur am Greifen ist er. Nur am Greifen, ey. Ach, da hab ich aufgepasst. 2-0. 2-0. Mann. 5 zu 10. Eiferschlecht. 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 Es geht doch nicht, alter. Fürs 3-0 und dann... Sowas. Ah, klar. So, das... Geht ja mit runter. Das ist so leckerlich. Teorisch. Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex. Es ist so lächerlich. Nee, hätte nicht gedeutet. Komm da. Das war schlecht. Ach, das ist so dumm. Wieder. Wie ich mich verhalte, das ist so dumm. Klar. Prügelt sich da einfach. Ey, das ist lächerlich. Der hat mich wieder. Bei Eifst ist bleiben nicht drin. Solange... Oh, der hat sich auch überreden können. Tauer. Natürlich. Ach, das ist... Ach, das ist... Ach, das ist... Ach, das ist so lächerlich. wieder scheiße reagiert echt natürlich wieder ich bin dumm ich bin ich bin dumm ich bin dumm einfach nur dumm ich kann nicht locken ich kann ja weiß ich aber ich kann nicht blocken da guck dir das an guck dir das an ich verhalte nicht so dumm im camp guck dir das an ich will einfach weitermachen nur es ist doch blöd alter echt hey komm wir machen können falsch jetzt mal weg 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 Ja. Krieg ich immer als Club. So, zu lange. Zu hoch. So. So hoch. So hoch. So hoch. So hoch. So hoch. So hoch. Schon wieder da drauf. Bin ich weg? Weg mit dir. Boach! Ikotota, ja. Junge, junge. Miko. Wie kotota. Das war sehr gut. Guter Kampf, meinte er. Glaub ich. Ist das auch. das war dumm das war wieder dumm wo war was bei dir dumm du bist doch voll im vorteil na klar ich werde nur so eine spinner hier im internet bekommen nur so eine spinner ich habe schon mal so einen gehabt in der close beta guck dir das an guck mal das ist so ein Fehler guck mal da n aber so das musst du echt mal lernen ja so ist richtig aber so angreifen alles falsch gemacht in diesem Kampf alles schön finde ich gut du darfst auch mal Fehler machen unverzeihlich was das 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 gedrückt und pos ja 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 das hat nicht gereicht das wäre mein comeback du bist aber komisch geflogen mann oder ich das wird nix Du bist ein Arsch! Du bist echt ein Arsch! Dieses Mal hat es geklappt! So, siehst du, so eine 1x1 Sachen kann ich nicht blocken, bin ich noch zu dumm für, weißt du, das ist so. Hören wir uns mal herzernen! Ich kann es auch nicht perfekt! Guckt das an! Ich fasse es nicht! Weg! Ich fasse es manchmal nicht! Ich kapiere es nicht! Wie kann ich nur so scheiße spielen? Mann! Siebenfünfzehn, ja, das ist nix! Ach, Mann! Wie alt ich bin! Müsste es hier mit 30 sein! Ah, Mann! Oh, scheiße! Das ist scheiße! Ich bin weg! Auch ne schöne Adina, muss ich sagen! Dann müsste ich 36 sein! In Taiwan's Tenchi VCs! Wie alt! Ja, ja, ja! Überrasch! Dann ist das jetzt nicht immer noch so, als Mann, weißt du, was ist kein verduntiger. Wie alt! Wie alt! Wie alt! Wie alt! Na, Mensch! Oh! er war schon gemacht juli siegts stramm als alter was die sind kommen so schossen ehrlich gesagt so sicher war da nicht jetzt ja noch den super machen können Was? Das ist Blödsinn. Ah, ist nicht geil. Okay. Ich bin dummer. Ich habe Risiko gemacht, aber auch gut. Ich habe einfach nur Scheiß gehabt, Bits. Wenn ich das Geld jetzt lade, darf ich das jetzt machen? Wir machen ja, glaube ich, schon entspulsieren. Das hätte ich geschafft. Jetzt hat er sich brauchen. Das trifft mich echt komisch, aber ja. Ich finde es komisch. Ich sage, das ganze Spiel ist komisch. Nee, also das trifft mich echt komisch. Das war in der Open Beta nicht so. Ich glaube, das ist wichtig. Da ist ein Spiel. Da ist ein Spiel. Da ist ein Spiel. Da ist ein Spiel. Da ist es bis zum Beispiel. Da ist es gut. Wenn ich die. Das hat es für Leute. Wenn du das, was du willst. Wenn du da Mass. Oh! Oh! Dann bleib. Ja. er macht einfach schocken und trifft naja ok also ich hätte gewonnen das war es ja ich habe verloren weil ich dumme ja es ist so blöd da viel mehr trainieren mann 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 das muss drin sein und wieder das chance konzentration vor dem nee das war gar nichts Aua Schimp, jetzt geht er noch, hab ich ganz vergessen was ihm Bloß bin ich bei X Ich sollte nichts versuchen hier, mann Ich bin nochmal schnell runtergegangen Ich hab's jetzt mal gekauft und Platz runter Der Mike will's durchspielen Wie, der Mike? Nein Glaub ich nicht Schau mal, was können wir daran ja machen Aber wen wird er da spielen? Gegen uns Aber wen wird er da spielen? Kann er nicht geben, ja Ich mein, wen will er da spielen? Das Saga ist doch nicht da Ich bin raus Ähm, okay Das macht's doch gut Ähm, ich wollte eigentlich noch die Kommentaren davor lesen Katerisch eben Kann man jetzt eben machen Aber Ich bin hier schon jemanden, Schreibpack Bansch Hm, das war blöd Alles Konter Ne, das ist ja kein altes Konter Doch Hä? Ich muss da nur blocken Das Kontert nix Doch, die Angriffe halt, ne? Mein Herz Das war gut Oh, leider Das war gut Das war gut reinhauen reingehauen und weiter schauen scheiße ach das ist dumm ja natürlich habe ich verloren ja ich habe was anderes gedacht ja naja was holt mich mal mit in die partien oh frage mal mal jetzt ach komm ich habe es nicht hinbekommen voreinstellungen sind noch richtig das war alles online bei haben wir gar nicht das anzustellen was so ersatz richtig keine ahnung der ist bloß was soll ich da machen manchmal ist das echt kacke was ich da machen aber hey 21 jahr zu nein seh nicht besser aus schon wieder anstatt zu warten anstatt zu warten weißt du anstatt zu warten anstatt zu warten anstatt zu warten anstatt zu warten was ist was soll ich sagen ja ich bin schlecht man ich krieg dich nicht mehr eingeholt weißt du guck mal ja letzter ich will die aufnahme was klar das ist scheiße echt jetzt natürlich und wieder weg ich bin dumm ach weißt du was ab in den training das ist okay leute dann wäre es das von mir mit dieser feitenheit ich muss sehr viel lernen sehr viel ich bin das opfer auf jeden fall ja würde ich sagen wenn ich dieses video gefallen hätte lassen da und na wo wenn euch nicht nur mein street weiterzeit gefällt ja und ich würde sagen ich bin die kate des games page 5 und wir sehen uns wieder wenn es wieder heißt wo wir ja wir kämpfen dort wo das am meisten schmerz und zwar auf der straße